Hallo, mein Name ist Jakob Haferland. Ich komme aus Görlitz in Sachsen und lebe jetzt in Halle. Ich habe studiert in Greifswald und Halle und ich werde einen Predigtauftrag übernehmen in Halle-Neustadt. Ganz besonders freue ich mich in meiner Arbeit auf die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Und ich wünsche mir, dass auch in unserer Kirche und in den Gemeinden immer ein offenes Ohr, ein Platz ist für die Jugendlichen, denn ich glaube, das ist die Zukunft in unserer Kirche.